Heute gibt es wieder News vom Sandkasten. Letzte Nacht, gegen 3 Uhr, hat überraschend der Nachbar bei mir geklingelt. Mir ist vor Schreck fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. Irgendwann werden Kühlschränke den Gegenangriff starten und alle 10 Minuten die Schlafzimmertür aufreißen, blöd starren und wieder gehen. Facebook ist, wenn ihr Kind andauernd vom PC sitzt. Twitter ist, wenn ihr Kind mit seinem Smartphone lachend gegen eine Laterne läuft.